Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Channel Lens unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening Video. Wir wollen uns nämlich mal wieder dem Grade Vault zuwenden und ich hoffe, dass ich da das ein oder andere tolle Item rauskriege. Ich werde diesmal hier auf Wächter stellen, denn ich bräuchte tatsächlich mal ein Tank Trinket. Und ja, gucken wir mal, was so drin ist. Ich habe ja letzte Woche meine Waffe abgegradet und ich habe schon gesagt, ich grade meine Waffe ab und wahrscheinlich ist dann die Waffe drin, aber wir werden sehen. Vielleicht kriege ich ja die Schuppe raus, die ich haben will. Mal gucken. Uh, was haben wir denn drin? Wir haben Schultern und einen Gürtel. Versa Mastery. Das ist der Gürtel, den ich habe, bloß ein Besser. Okay. Und das hier wäre auch mit Versa, aber da hätte ich halt den Sockel nicht drauf. Hm. Dann die Schuhe, die habe ich schon an. Den Kopf, den habe ich auch schon an. Und die Schuhe, das sind alles die Teile, die ich schon an habe. Ja, ich muss quasi fast den Dings nehmen. Da bleibt mir nichts über. Da muss ich da halt nochmal einen Sockel draufhauen, ne? Ja, komm. Dann werden wir die Taille nehmen. Das ist aber halt schon echt komisch, dass ich alle Sachen kriege, ne? Die ich schon genauso an habe. Gut, da muss ich halt hier nochmal einen Sockel draufmachen. Aber das ist jetzt eine relativ einfache Wahl. Ich kriege dann wieder einen 20er Key raus, denn ich war letzte Woche wieder fleißig, habe ein paar, ähm, Keys durchgebastelt. Und mittlerweile sieht es ganz gut aus. Jetzt sind wir vom Score auf über 2,3, ne? Ich habe jetzt im 24er quasi schon in Time mit dem dazugehörigen Achievement-Gedönse hier. Und ja, ich denke mal, die anderen, die werden jetzt auch so nach und nach noch kommen, hoffe ich. Ja gut, das war es eigentlich schon. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich mache das jetzt gerade noch relativ spät abends auf, weil ich es vergessen habe zu öffnen tatsächlich. Und ja, dann, ähm, schreibt mir gerne rein, was ihr so bekommen habt. Und wir sehen uns in einer Woche wieder zum nächsten Great Vault Opening. Und vielleicht habe ich da dann mein Tank Trinket drin, was ich noch brauche. Wer weiß, vielleicht habe ich ja da Glück. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wie spät es bei euch ist. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.